und heute spielen wir wieder wie ihr sehen könnt eine runde roblox simulator wie ihr vielleicht schon mehr klingt ein bisschen anders ja jetzt absolut nicht gut ich drehe dieses video auch gerade am abend weil ich das nicht hin komme jeden fall bin ich ein bisschen krank das heißt krank kopfschmerzen habe ich mir ist übel sehr übel und schwindelig und bei mir dreht sich gefühlt alles ja also bin ich heute auf jeden fall ein bisschen ruhiger mit dem ganzen spielen hier ich habe auch ewig hier diese schwinge mehr spieler sich ja mal dachte kommen und wir fahren wir nicht mal sagen jetzt so lkw firma machen heute was ruhiges und dann machen wir das ja einmal anstatt jetzt wirklich irgendwie irgendwas anderes machen kriminell will ich heute nicht sein weil ich ein bisschen ruhig hier alles machen will und deswegen machen wir mal zur arbeit würde ich mal sagen und legen direkt los ich hoffe mal das geht auf jeden fall wieder weg weil ich habe kein bock jetzt gerade krank zu werden tatsächlich das ist wirklich sehr nervig ich mache mal einfach so sagen auf das geht auf jeden fall schnell wieder weg also es geht heute weg ich starte mal die schicht und machen mal natürlich den besten hier und waren dann einmal damit egal wir müssten auch kann da jetzt kann ich gibt es neue aufträge ich glaube nicht ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher ja schon geil gemacht ja so leider satz im h attracten ist ja muss sogar größer ist finde ich einfach Nein was dabei war so in den mann ab um jetzt müsste es besser sein. Mal gucken, fahren wir hier erstmal weiter und zum Auftrag. So, muss ich hier rein. Okay. So, können wir hier mal spielen. So. 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 Okay. Gut, fahren wir da mal hin. Weiß man nicht, ob ich schon mal ein Video mit diesem LKW gemacht habe? Ich glaube nicht, aber mal gucken. So. Bitte wett grün. Oh, danke. So. Wie darfst du sogar so schnell fahren, wie du willst? Nach dem Auftrag fahre ich erstmal zu tanken. Bitte wett grün. Oh, danke. Ja. Nach rechts rein jetzt. Links. Links. Jetzt haben wir einmal. So. 10. 10. 1. 10. 10. 1. 1. 2. So, kommen wir jetzt irgendwo rein. So. 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 Gut. Diesen Auftrag machen wir noch und dann war's das erst mal. Wo haben wir denn hier? Mann, ich komm denn hier rein. Mann, ich komm denn hier rein. Das muss ich leider jetzt so machen, weil sonst komm ich hier rein. Das müssen wir abbiegen. Genau. So. Ich hab hier rechts gemusst. So. So. Oh, ich hab noch falsch abgewogen. So. Fangen wir hier mal links. Dann nochmal links. So. 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 So.